Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf video minecraft heute möchte ich euch mal ein video zeigen wie man denn tatsächlich ein mod in minecraft installiert Seite 1.6 ist das ganze ein bisschen komplizierter mit diesem wunderbaren neuen launcher und diesen profiles ja als erstes solltet ihr auf jeden fall euren minecraft launcher starten und guckt dann hier unten hin welcome to your minecraft ready to play minecraft 1.6.4 ihr braucht die version und wir gucken ich hab die erzeitliche version 1.6.4 wunderbar schließen wir launcher und der mod den wir uns gedownloadet haben sollte auch die gleiche version haben achtet darauf beim download 1.6.4 in diesem fall too many items ein sehr praktischer mod der uns so eine art zweiten creative game mode anzeigt womit wir uns jedes item beschaffen können ein paar extra items ja und wie installiert man den jetzt zunächst brauchen wir programmen um diese dateien zu lesen die .rar dateien oder .zip dateien am besten winrar aber einfach bei google eingeben winrar und ja schon habt ihr dieses geile programm ziemlich praktisch manchmal kommt noch eine meldung beim öffnen dass ihr euch eine version kaufen können müsst ich drücke dann auf schließen weil das ist bei winrar unwichtig ihr müsst winrar euch nicht kaufen so dann haben wir das hier hier sind ganz viele dateien und was machen wir jetzt damit zunächst drücken wir die taste windows und r so nun geben wir dieses fenster wie schon getan %updata% ein drücken enter und damit öffnet sich ein microsoft ordner wer den ordner normal erreichen möchtet werdet ihr probleme haben da dieser ordner versteckt ist im ordner sehen wir schon an erster stelle punkt minecraft manchmal müsst ihr aber runter scrollen punkt minecraft in diesem ordner befindet sich einer der ordner heißt saves dort sind eure ganzen welt dateien drin aber wichtig jetzt versions so was jetzt hier drin ist interessiert euch erstmal nicht weil ich habe schon einige sachen mal für mich so installiert wichtig für uns ist jetzt der ordner 1.6.4 die aktuelle version rechtsklick kopieren dann rechtsklick in den ordner einfügen und schauen haben wir eine kopie die benennen wir um indem wir hier auf umbenennen drücken oder kleiner tipp bei windows f2 drücken die benennen wir jetzt um in 1.6.4 und dann unterstrich mod was ihr jetzt dort hinschreibt ist egal ihr könnt da auch lol hinschreiben aber ich würde euch empfehlen dass das ganze ein wort ist sonst kriegt ihr nachher probleme so ist die datei dann umbenannt muss ich jetzt auch nochmal gucken gehen wir jetzt in diese datei um und hier ist einmal eine wunderbare jar datei eigentlich steht bei euch vielleicht noch die endung punkt ja dran bei mir nicht die müssen wir natürlich genauso nennen wie die davor also gehen wir hier hin benennen diese datei nochmal um und kopieren uns das hier jetzt haben wir den namen kopiert jetzt benennen wir diese datei um und fügen den aktuellen namen ein so das nächste ist dass wir diese jar datei auch ein wenig verändern und zwar das hier heißt 1.6.4 nee diese json datei mein fehler entschuldigung die muss auch einen anderen namen bekommen und zwar wieder den gleichen rechtsklick einfügen muss genauso heißen wie die datei 1.6.4 mod.json rechtsklick auf diese datei öffnen programm aus einer liste auswählen und in diesem fall den editor das ganze ist jetzt natürlich hier relativ unschön man müsste sich jetzt reinlesen deshalb wir müssen diese datei jetzt öffnen und suchen nun eine art kolm wo steht id 1.6.2 oder 1.6.4 oder wo auch immer ich gehe das ganze jetzt einfach mal durch oder wir drücken einfach noch besser die taste steuerung f damit suchen wir geben an 1.6.4 da hier sieht id Doppelpunkt 1.6.4 ist direkt am anfang cool und dieses 1.6.4 wer hätte sichs gedacht müssen wir auch als umbenennen also markieren rechtsklick einfügen und schon ist unsere datei umbenannt so escape speichern wunderbar jetzt haben wir hier diese datei wenn wir die starten dann öffnet sich mit java diese datei es passiert erstmal nichts ist auch dämlich denn rechtsklick diese datei öffnen wir mit winra und wiii auf einmal sehen wir etwas was wir glaube ich allzu genüge kennen so außerdem gehen wir jetzt wieder zurück auf unseren desktop und nehmen uns unsere too many items datei ziehen nun alle classes nehmen wir steuerung a drücken markieren wir alle bis auf den ordner da oben steuerung gedrückt halten und den ordner kann man damit dann abwählen hier rechts herein drücken auf ok und die daten werden integriert so jetzt machen wir es genauso wie bei der altesten minecraft version wie immer meta inf drücken auf die entferntaste und löschen diesen ordner weil wir meta inf nicht mehr brauchen so jetzt schließen wir die beiden dateien was wir gerade getan haben ist wir haben alles aus dieser datei in diese jar datei reingetan nun öffnen wir unseren launcher und machen hier ein neues profil dieses profil nennen wir jetzt zum beispiel mod hier dürft ihr auch leertasten benutzen mod auf 1.6.4 oder ne tmi na tmi auf 1.6.4 too many items jetzt gehen wir hier zu diesem punkt use latest version ne machen wir nicht wir gehen nämlich jetzt hier auf lass mich mal gucken da 1.6.4 unterstrich mod so wie wir unser verzeichnis genannt haben jetzt können wir noch ein paar Argumente hinzufügen ich würde hier immer empfehlen noch mal ein bisschen arbeitsspeicher hinzuzufügen indem wir dieses 1g umbenennen in 3g jetzt hat mein ding 3 gigabyte arbeitsspeicher seid vorsichtig damit wenn ihr nur 3 gigabyte oder 2 gigabyte arbeitsspeicher auf eurem rechner habt dann macht das nicht also das ist jetzt nur optional ihr braucht es aber nicht save profil wählen wir das profil aus drücken auf play und schauen mal was passiert so ein moment ich gehe mal jetzt aus dem vollbild raus ne camtasia ist ein wunderbares programm mit dem ich arbeite kann ich nur empfehlen kostet zwar schweine viel geld aber es lohnt sich das geld auszugeben und an die von euch ja man kann es cracken ist aber illegal würde ich nicht machen so wir sehen wir gehen jetzt mal in irgendeine welt rein zum beispiel intro wir öffnen unseren inventar und sehen rechts too many items das heißt der mod wurde erfolgreich installiert und weil es so schön ist nehmen wir jetzt einfach mal so ein wow nein so ein feuerwerkspawner setzen den nicht das bitte ignorieren das gehört zu was anderem setzen den feuerwerkspawner hier hin und haben ein wunderschönes feuerwerk dank too many items herzliches dankeschön so das war's auch schon so leicht ist das mod installieren und ab jetzt wenn ihr ein mod hinzufügen wollt öffnet ihr windows r appdata.minecraft versions geht in eurem mod verzeichnis öffnet die jar datei mit winra und zieht ab dann nur noch eure mod sachen hier rein was wir gemacht haben müssen wir nicht nochmal machen außer es kommt eine neue version raus das war's dann soweit mit dem video ich hoffe ich konnte euch helfen wie das funktioniert ist ein sehr umständliches thema hat man es aber einmal verstanden es ist relativ leicht auf minecraft wiki gibt es noch einmal eine detaillierte beschreibung wie man das macht wenn ihr zeit habt dann könnt ihr euch die mal ausdrucken und durch studieren bis denn ciao leute